Wofür ist der Knopf hier eigentlich? Hä, hinter dir scheiß lecker. Der rechte. Warte. Ah. Es meert ein bisschen Wanschfantasy. Nein, es heißt Tower of Fantasy. Achso. Ja, gut. Könnt ihr euch bitte mal alle ficken. Weißt du, das sind so Dinge. Weißt du, die Haare könnten sich ja auch mal effektiv in die Richtung bewegen. Nee, aber die Boobs sind wichtig, Digga. Achso. Felix war zu abgelenkt von den Boobs. Maybe. Der hat die Haare gar nicht gesehen. Tobi schmeißt euch den Schmutz der Geile, ne? Ja. Du kannst die Karten, die du diese Runde eh spielst, auch vorher ziehen, ne? Zieh aber jetzt zwei Karten und bete. Was ist das für eine Regel, was? Du legst hin und dann ziehst du die Karten. Die ist made up. Hinder mich daran, sie auszuführen. Hinder mich daran, sie auszuführen. Gute aufs Ban von dem Game. Und tschau. Kurz RL die Flasche drücken. Ja, wir ignorieren die Red Beasts. Geh da weg. Okay, ich juice den. Fuck dich. Okay, ich juice den nicht, ich juice den nicht, Arthur. Ich juice den nicht. Er juice mich, er juice mich. Der ist nicht so gut. Ich liebe dich. Ich will ein Kind von dir, Arthur. Ich will ein Kind von dir, Arthur. Jetzt. Sofort. Ich bin da. Ich habe hier gedrückt. Ich bin so gut. Ich bin überleben. Ja? Danke für den Sinn. Ja? 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 Das krieg ich noch nicht mit. Das ist ja übel scheiße für dich gelaufen, dass ich Barrier habe, Alter. Das ist ja richtig belastend. Oh mein Gott! Ja, ja. Jetzt geht die gleich vor. Ich eh die und dann ist sie tot. Damit rechnet ihr nicht. Damit rechnest du nicht? Hä? Mann? Aber die falten sie auch einfach wie absolute Affen, ne? Anna, die ist wie ein Ken Minion. Wie hat sie schon Half Mana? Also zweimal in den Busch geäht hat. In die gleichen, oder? Ich hole die Player. Hihihi. Was ist das FNC Kalinke? The only time you ever hit diamond! Was 25 was still a thing! Und das ist TRUE! A Summoner has been collected. 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 E Nkind of course... Jetzt kommt mir erst die schwereren. Egal die Waffe ab ich jetzt einfach. Ja. Ich hab sie jetzt einfach. Was willst du machen? Die wird jetzt einfach geabt, hä? Jetzt mal hochgekauft. Die hat jetzt angeklappt. So ist es zu schwer, Alter. Als ob, Alter. Die waren einfach geabt, hä? Ja, mhm. Ich verstehe das Problem nicht. Ich auch nicht. Felix ist schon wieder richtig fett... Ich bin schon richtig fett. Das sagt Arthur. Er fett ist nur das... Nein, dass ich fett bin. Also jetzt gerade schon. Es ist halt einfach so, ja. Bumm. Ich brauch nichts. Oh! Das ist egal, das ist egal. Nein, ich bin nicht durch. Alles pisst. Chilling. Oh. Ich hab's verpackt. Ich tut ja... Was ist das? Noch eine 50 HP. Wie flasht aus? Pit down. Okay. Nice. Da war halt keiner in der Eck, wo du gesagt hast, Digga. Lol. Ich war mir so sicher, dass ich den gesehen hab. Digga, du hast ja einfach den Koffer, der da liegt, oder? Guck den Koffer an! Guck den Koffer an, wenn er was sagt, Digga. Hä? Alter. Er guckt einfach den Koffer an. Digga. Wahrscheinlich ist er im Koffer drin, und er geht auf, oder? Und er ploppt da rein. Was ist das, Digga? Oh dummer Kackspass. Er geht nur so'n Schlitz vorm Kopper auf, Alter. Kommt die Digga da raus. One minute, wie im Drive-By, oder was? Er koffer kriegt Füße, läuft weg, oder wie? Bitter, hol! Woh, jebaw! Oh mein Good! Warte, mach mal Trubel da mit deiner Scout. Im Mädchen einfach kein Hursund sein. Im Mädchen einfach abnehmen, Digga. Was willst du von mir, du Fett, sag? Haumett. 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 Ja, ist das ein richtiger Haumett-Moment. Du bist Fett, Digga. Das ist ein richtiger Haumett-Moment. Haumett. 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 Bcp-Standard. Ja. Deine Eltern haben beide Corona. Ich weiß, dass die Corona haben. Die haben ein Foto geschickt. Digga, deine Eltern haben Corona. Das ist daran wichtig. Ja, jetzt action die, hä? Ja, die sterben irgendwann sowieso. Schatz, das ist ungefähr so wie dein Bruder stirbt, würdest du auch vergessen, den zu erzählen? Bruder, das ist ein Retail. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja, Arzt hat mir zufälligerweise Krebs diagnostiziert. So, nach drei Monaten habe ich vergessen, Bruder. Die haben jetzt Schnupsen, Alter. Die sollen sich mal nicht so ausregen. Deine Mutter, die knüpft ja noch ums Eck gehen, wenn die Corona hat. Die kratzt schon nicht ab. Kann das denn knüpfen, Digga? Ja, ich hab das auch nur, ey, ich hab das auch nur mit Push-Up gelesen. Was ist das? Du machst Push-Ups? Alter, du bist so ein kleiner Bastard. Was ist das? Chilling es doch. Du bist so ein kleiner Bastard. Ich hab's geklippt, also gut. Das ist so schön, Alter. Du bist so ein kleiner Bastard, Digga. Du bist so ein kleiner Bastard, Digga. Für mich war das auch ein bisschen zum Thema so, ja, diese Corona. Ja, schuldig. Ttgrapper69, Alter. Ich erzähl's doch nix. Felix, Digga, du bist so ein kleiner Bastard. Okay, mach ich. Ja. Ja, mach ich sowieso. Ich hab's dir jetzt nur echt... Jetzt komm in die Lobby, bitte. Nein, das kenn ich schon. Genauso wie du hier den Müll, wo ich dir vorhin schon gesagt hab und noch nicht weggeräumt hast. Ja, das ist ja... Bisschen Papiermüll hier. Das ist ja meine Kommune, gell? Bisschen Spruchfarbrösel da noch. In ihre Tüte. In ihre Energydose. Ja. The amount of crying, Alter. So mit kleiner Bastard zusammen. Imagine, ich steh jetzt jedes Mal auf, wenn ich auch was leer trinke. Imagine! Jungs, geh mir einfach fang die Merde. Imagine, wir gehen Factory. Imagine! 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 Wie schön sie das gesagt hat. Genau, der. Ja! Das Game leckt natürlich übel! Das ist ne Felschicht! 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 Boah, nee. Ich bin so raus. Dieses Game schmeckt... Dann bin ich so raus. Dieses Game ist so ein dreckiger Scheißhaufen. Scheiße, Digga. Dieses Game fängt so an zu lecken, sobald ich ihn sehe. Weil der Typ mit einem G so viel FPS verbraucht, Digga. Das ist ja nicht mehr normal. Die Map stinkt so nach Scheiße. Nee! Das war's heute mit Tarkov! Ciao! Nee! Einfach raus! Hör doch fenenlegt, als... Und bin ich in der Discord drin? 스�rei瘟schneig skinnel... Hoh, der sitzen fest! Wenn er in die Halle geht... Hab ihn! No way! Oh, der war dirty! Neben mir. Krabbelst du da rum? Du fräst deine Cornflakes, Digga. Ist das laut! Junge, als ob du gerade ein Salto auf den Boden machst, Junge. Hinter mir steppt. Ja. Ich seh'n. Ich seh'n. Hab' ihn. Er ist tot. Wait. Er hat zwei Fuel Tanks dabei. Raff' ich jetzt? In der Weste war noch einer. Zapp' einer. Zapp' einer. Da läuft schon wieder einer rum. Hab' ihn. Einer kommt jetzt hier hoch. Fuck, boy. Kannst du bitte immer so reden? Klapp' ab, ihr little sluts. Da kommt ein Skeft drüben rein. Der Skeft ist tot. Ja, Tobi guckt den Milo dann. Wo ist er? Äh, bisschen von dem linken Sehen. Er rennt nach rechts. Er rennt straight up auf mich zu. Auf mich zu machen. Fuck. Ähm. Kannst du in Zukunft bitte Waffen spielen, die nicht so scheiße sind? Schwierig? Ja, ja, ja. Ja. Er hat nen Treffer drin. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Halt's Maul! Er wird auch noch belohnt dafür! Ich hab' ein neues Gewehr gefunden. Ja, und du lebst immer vier Sekunden nach, oder so. Ach, weil ich das Ding ist das. Ja, okay, okay, okay. Links kommt. Wo ich denn eingeholt hab. Jo, wohin willst du schießen, Digga? Das ist nur noch Kult. Digga, ich geh' dein Wasser rein mit Arthur, Digga. Ich lass' mich jetzt nicht erschießen vor irgendeinem Arschloch. Nein. Nein. Halt's Maul! Ja, da sind Hunde! Du Fettzeug, Mann! Halt's Maul jetzt! Arthur, das war so gut! Ach, Digga. Comedy Gold, Digga. Comedy-Übergewichtig, Digga. Was denn? Guck rein. Skeft bei mir! Schießt auf mich! Ich bin tot! MAAAAAAH! Ich frage, ob ich das jetzt. Andy, ist gerade ein Muts-Push. Geft play, aber. Safe. Hast du SVU, Darmriss? Lustig. Lalalala. Hä? Ja. Hä? Ja. Ich verstehe die Frage nicht! Hallo! Ah! Ach du, der war kleine Cock. Was? Was hast du gesagt? Ja. Legit. Ach, du bist so'n hoher Sohn, ne? Es ist unfassbar. Alter. Es ist halt solch'n kick, Alter. Ich hab einfach nur HÄH gesagt, mehr nicht. Und davor hast du auch noch was gesagt. Oh, Tobi, ich hasse dich halt! Was denn? Ich weiß es selber, legit nicht. Das muss halt so... Du sagst halt irgendwas, und ich so, HÄH? Und du so, HÄH? Was? HÄH? Tobi, soll ich dir was denn sagen? Ich glaub, ich hab dir jetzt nichts anderes als HÄH gesagt. Ich hab dir jetzt nichts anderes als HÄH gesagt. Alter, heute ist Donnerstag. Arthur, hast du morgen frei, ja, ne? Egal, ich mach' einen Skeffron-Misch. Oder hast du einen komischen Freitagmorgen? Alles klar. Hä? HÄH? 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 Wie kann man so ein Hohensund sein? Es ist halt... Ich hab grad nicht zugehört. Es ist halt unfassbar, Digga. Ist das krank? Wir haben auch nur Hunde. Oh, ich hasse euch alle, Alter. Ich hab grad nicht zugehört. Was ist los? Oh, du bist zugehört, Alter. HÄH? 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 Ich will selber nicht Shoreline spielen, aber ich will meine scheiß Wege haben. Jam, jam, jam. Yam, nam, 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 nam. Oh. Jam, nam, nam, nam. Falls es über bastard ich sage. Nam, 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 nam. Ja, ja, ich hab's ungefähr dran. Weil die ja alle richtig hart Deep sind, Critic forskjam. Jam, nam, 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 nam. Okay Jonas, schießt du Floh in den Kopf, ich Ruffy? Du hast mir das scheiß Video geschickt. Ja, und jetzt kannst du trotzdem die Fresse halten. Wenn die Erwachsene wieder reden, du kleine Missis. Du scheiß G금be. Ach Leute, bleib ich echt damit. Ach, Girls, ich hab euch so vermisst. ich sehe ja ja er ist tot er wurde gewandt er ist tot ich habe nichts gehört er hat einfach umgefallen ich habe da oben rechts oben rechts da wo ja ja warten wir müssen looten geht oder oder warum soll ich versuche den kopf zu drücken habe ihn ich habe es einfach nur nicht ganz verstanden hat deine fette fresse jetzt geben nicht auf so wie ich glaube dein bmi ist deutlich höher als meiner also die meins fitness schule auf laufwand wenn du überhaupt die treppen bis dahin schaffst wird schwierig ich bin keine viertelstunde hier ist schon deutlich besser als der scheiß walter die teuren kaufen und geiger müller zähler game encounter ja der schlägt auch gerade aus da bin ich wieder siehst eine eine weil ich mit voller kraft meine lene abgebrochen hätte und die andere weil ich in meinen bildschirm geschlagen hätte und deine beine zu gebrochen bei versuch das spiel zu starten oder ne und die beine hätte ich mir gebrochen indem ich gegen die tür getreten ja startest du jetzt trotzdem junge ach digga ja junge ich erwarte immer dass das spiel von selbst startet digga ich habe nicht mit dir gesprochen ich habe nur gesagt wer das ist du hast ganz wenig gesagt jaaa 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 jetzt ist es angekommen jetzt ist felix jaaa ich habe nicht mit dir geregelt du hast an meinen Namen gesagt jaaa 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 ich habe selbstgeld warst du das ich habe selbstgeld warst du das ich habe einen nice das waren nur zwei der dritte hat gefehlt ist nicht sterben ich bin noch weiter links von euch gedoogelt warst du noch hin mit der stash? arthur ist aber schon im minenfeld guck mal das war arthur ja genau das timing danke kannst du dir bitte sagen das ist der kleine titner nein zeige ich nicht nein jonas findet dich los nein jonas findet dich los nee wir pisteln digga das sind zwei einen habe ich hast du den gerade getötet ja kommst du morgen wieder keine ahnung kommst du morgen um 6 oder in discord jungs ich bin der jonas ich bin jetzt auch dabei digga so habe ich nie geklungen arthur so so tot kling ich gar nicht digga ja das ist wie wenn man eine freundin hat und fragt ob sie fragt ob man also ob wenn man sie fragt du dich du dich du dich du dich du dich du dich jonas was ich vorhin fragen wollte hast du schon mal eine 1 wg zigarette gegessen 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 digga gegessen habe ich die nicht benutzt benutzt wenn jemand eine raven figure findet ne welche total das wäre total nett ich habe die drei dabei sorry laber nicht kurz mein herz stehen geblieben direkt sauer geworden der mann direkt sauer geworden der mann einfach zwei mp7 da drin ja ja tobi guck mal wo du diskonnected bist ne ich bin nicht diskonnected ich hab grad nur ein standbild guck mal bei ihm im stream und da bin ich wieder ach scheiße ja dieses game hat die wildeste sound hab nen gamer hab einen gamer down hab nen gamer ja ok alles perfekt perfekte art digga ich hab nen gamer ich dachte schon hätte es nen echten menschen getötet oder so die kriegen wir nicht what ja digga von maximal 80 die er hat auf 52 oder ja und nicht mal die hälfte nicht mal die hälfte er hat von 80 nach 50 das ist ja nicht mal die hälfte ja vor allem du hast hier grad das gesicht überschnegt zweimal gesicht ins wasser gespritzt mir nicht gesicht ins wasser gespritzt hat sich zweimal bis ins gesicht ja rechts höre ich noch was move in richtung zelt don't fuck with me da ist ein dude oben im loch ja ist down don't fuck with me und er ist dort ich spring da rüber er steht da hab beide hui hui hui